Oh Gott, was ist mit ihm denn los? Er dreht ja richtig auf. Wuh! Nein, du triffst hier jetzt nichts. Das finde ich nicht so schwer. Ich darf fressen, du nicht. Du hast dich schon wieder vermasselt. Es tut weh! Wie warst du weh? Ich weiß nicht, lies die Wahrheit von seinen leblosen Augen ab. Oder scannert sein Deck. Das könnte funktionieren. Er hat sich alles gewollt. Wofür sind und es und ich hab ihn damit verliehen. ok auf jeden Fall ich die nicht sehr schön dann wollen wir es mal verliehen so benutzen läuft die Sache kaputte Puppe er hat sie an einen Ripper verkauft oh ein Ripper namens Fingers in einer finsteren Gasse klingt wie der Traum jedes Joy Toys wolltest du den mit nach hause nehmen oder warum aufheben ne ich wollte ihn nicht mit nach hause nehmen ich wollte ihn einfach wieder auf den Stuhl setzen oder mit aufs Klo nehmen da würde er sich auf jeden Fall gut machen ne Chef ok so dann wollen wir mal kurz Charakter technische Fähigkeiten auf jeden Fall ziehen ähm Kampfmaschine was haben wir da mit alle Resistenzen auf Zellkampf verpust so ok was haben wir hier äh die Bündschau das Bündschau das Bündschau 20% eben automatische Zugangspunkte in der Nähe hervor verbessern die Nähmung und Massenvermöglichkeiten die Assistenz der Gegend 30% hat die Nähmung und Massenvermöglichkeiten frei ich liebe das Gummihuhn will auch eins ja bitte die Nähmung hier oh das geht doch gar nicht mal schlecht so dann wollen wir mal kurz gucken Inventar wir entfernt das Katara ne am nächsten auf das Stromgewehr mach mal einfach mal da hat man das für den lustigen oder so ein normales äh ein normales denke ich mal ist das aber es ist ein Gummihuhn so die Stadt wir brauchen ich brauche besser es hat wir hier geht so nicht so ich bin mir auch was zu fressen gekauft ne wo haben wir das so äh wo haben wir sind da ein bisschen Obst Obst ist gut Knop knop ja so die Kameras immer noch mal aus ich hoffe hallo als netzwerk die wörter der kopf ich weiß das ist aber nicht rein das gibt es doch nicht wo kam denn noch einmal her machen wir die türo gibt es nicht weil ich sterbe und klatsche erst mal ein easy sticker das ist ja traurig kannst du nicht machen sowas jetzt fühle ich mich gedemütigt ich meine konnte nicht wissen dass das jetzt passiert aber hey ich fühle mich trotzdem gedemütigt irgendwie ganz bei der sache ich frage mich woran es liegen könnte die verzögerung ist heftig da müsste ich mal einstellen muss ich mal gucken wo ich rein schicken er hat sie einen ripper verkauft vielleicht sollte er ihn retten ein ripper namens fingers in einer finsteren gasse ausgabe klingt wie der traum jedes joy toys irgendwo habe ich das einmal drin gehört äh äh kuckuck wo bist du ich weiß nur nicht wo irgendwo konnte ich das einstellen Ticket Kj ja ja das ist sexy oder deswegen ich lassen dir jetzt erstmal noch ein bisschen damit du dich daran ergötzen kannst Stream Verzügung cool story kuckuck wo bist du ich will nochmal schnell herstellen ja ja ich weiß jetzt nicht ob das jetzt was gemacht hat aber wir haben jetzt das katana wieder drin ne okay wir hatten die grische Fähigkeit genommen hoch so und bei Intelligenz quick hacks den dann machen wir das eben schnell okay Inventar zack katana weg Schusswaffe zack 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 passt 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 sonst hat mir nichts dann Inventar Rucksack bla 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 haben wir hier Obst gefressen so 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 Ich bin nicht so schön. ok ok erkennt könnte die ist genauso rot wie der Hintergrund das ist Hinesie ich will kein Sexist sein aber er sah aus Hinesie später Jeremy White einschalten äh, brauche ich jetzt nicht mehr kann ich hier nicht raus? ah leider nicht bist du eh was? oh komm her komm her ich weiß dass du es willst du dreckig du dreckig ich weiß was du da bist komm her du dreckig du hast mich beim letzten Mal umgebracht scheiß bin ich Ninja oh Gott das Team ist echt zu ich will meine Waffe wieder haben wie ich will meine Waffe wieder haben Gummihuna ja was da los aber das ist eigentlich ganz gut wenn ich mal einen Chat oder sowas nicht sehe jetzt kann man mich damit aufmerksam machen das Holzsystem aus oh kann ich das nicht anmachen ich will das gerne anmachen das Holzsystem so Levelanstieg verfügbar auf Allettbund okay äh so Levelanstieg verfügbar auf Allettbund äh das geht noch schnell stimmt grad mit dem hier ja das ja genau der wirst du auf jeden Fall genotest ja ja ist es nicht okay ja du bist tot so da brauche ich jetzt eben eine andere Waffe die macht es ja nicht mehr wo wir uns gehen zack eben schnell aufsatz drauf geklatscht so zack Sturmgewehr wunderbar hey m m ja ho 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 h oh ho 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 w oh w w w so ab und zu muss das auch mal sein dass er etwas durch den boden fällt das ist doch der raum wo wir schon mal waren ist der typ auf dem klo ist natürlich nicht da gewaltig wird wo wir konstitution haben wir aber nicht dann ist ja gut so kommt auch an ob man das als tüte zeichnen möchte ach bisschen frisch in die luft das gefällt mir jetzt nicht so sehr komm ich da rein danke für den donut kann ich das irgendwie abschießen komm ich jetzt hier rein hier ist nur radio okay ich finde es gerade voll cool voll interessant du denn es ja es gibt ja die japanos die sind wieder richtig aggressiv ja ich muss erstmal schlafen ich wünsche noch viel spaß und das ist in ordnung wünsche ich dir auch schlaf gut ich freue mich schön ist wie gesagt wir können uns ja die tage unterhalten das sollte wohl möglich sein tschüss tschüss das ist das ist nicht das ist nicht das ist nicht mehr auf dem Dach ich bin so intelligent ich hätte einfach den Weg zurück gehen müssen ich habe sie zum tüten überhaupt nicht ganz und gar nicht ich glaube ich müsste es ich habe Bock auf was zu essen ich bin jetzt vernünftig ich habe jetzt keine Lust so das brauchen wir ne dann haben wir den einen auf jeden Fall frei Quick Hacks, zack den hatten wir bla 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 Inventar und machen wir das so schütten wir jetzt mal da drauf das besser behalten wir ne, hier das zack ich habe auch ein kleines Visier drauf fertig egal Bye